Herzlich Willkommen bei Bullard Schmiede. Ja, was steht heute an? Also heute bauen wir was für einen Amboss, was eigentlich jeder Schmied in seiner Schmiede hat, aber ich sage ich mal, für besser ist. Und was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Also, keine Zeit verlieren, los geht's! Vorab, alle Gegenstände, die ihr in diesem Video seht, sind selber gekauft und erworben. Das Erste, was wir brauchen, ist ein Stück Vierkant-Material, natürlich fast passend zu unserem Gesenkloch, so 10-15 cm lang, würde ich sagen, in der Länge. Und damit gehen wir jetzt erstmal an der Bandschleife. So, dann schauen wir mal, ob es passt. Aber ich denke mal schon. Perfekt! Hat noch ein bisschen Luft, ein bisschen Spiel, aber das ist genau richtig. Sehr gut! Jetzt gehen wir einmal her im Winkelschleife und einmal abtrennen. So, jetzt schauen wir mal, ob das reinpasst. Perfekt! Viele sagen, ja, wie kriegst du das wieder raus? Ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Man nimmt sich hier ein Meisel, zum Beispiel, und drückt ihn einfach nach oben. Perfekt! Das nächste, was wir brauchen, ist ein Stück Flachstahl. 10 mm in der Dicke, 500 mm in der Länge und 15 mm in der Breite. Der nächste Schritt ist wie folgt. Wir messen uns unser Gesenkloch aus, machen verschiedene Anrisse und anschließend nehmen wir unser Stück, was wir eben geschliffen haben, und schweißen es einmal schön an. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Stück Flachstahl. 30 mm in der Breite. 4 mm in der Dicke. Und dann schneiden wir uns zwei Stücke jeweils von 100 mm ab. So, die haben wir unser gutes Stück. Jetzt werden viele sagen, öh, was ist das denn? Da hast du was angeschweißt, da war es angeschweißt. Auch nicht alles hundertprozentig. Ne, muss es auch nicht sein. Das hier, meine Lieben, ist unsere sogenannte Opferplatte. Und für was wir das brauchen, das zeige ich euch jetzt. Angenommen, ihr habt euer Viergartenmaterial und ihr wollt das spalten. Natürlich legt ihr das auf den Amborz, nehmt euren Warmschrot und haut von oben drauf. Kann man machen. Die Opferplatte ist jetzt dafür gedacht, von den letzten 2-3 mm, weil es gibt manchmal Spaltungen, da kann man das nicht drehen, das Werkstück, sondern da muss man genau an dieser Ecke bzw. an dieser Stelle spalten. Dann setzt ihr an. Dann seid ihr durch und habt nicht euer Werkzeug stumpf gemacht oder kaputt gemacht, weil der Amborz ist gehärtet, der Warmschrotmeißel ist gehärtet und das hier ist eine ganz normale Baustahlplatte und die ist super weich. Lieber einen Cut in diese Opferplatte als einen Amborz. Gibt es noch Situationen, ja, ihr habt den Warmschrot in der Hand, ihr habt den Hammer in der Hand, dann braucht ihr noch den dritten Arm. Video dazu findet ihr auch hier auf dem Kanal. Gibt es entweder als Schraubstockvariante oder hier als ganz normalen Niederhalter zum Runterschlagen. Und dann kann es sein, Werkstück eingespannt im Glühenzustand, ihr müsst auch eine Spaltung machen, ihr habt die Hände frei, glücklicherweise, weil ihr den dritten Arm habt. Ihr könnt das Werkstück abschroten oder halt spalten, je nachdem, was ihr halt vorhabt und eurem Meisel passiert halt nichts. Also, das ist schon. Und das Tolle ist, ich habe ja links und rechts das Stück Flachstahl angeschweißt, da passiert nichts. Und wenn diese Platte irgendwann kaputt ist, lauter Cut sind drin, entweder ziehe ich ein paar Schweißnähte drauf, schleife das wieder glatt und gut ist, oder ich tausche es einfach komplett aus. Also, wie gesagt, jeder Schmied sollte so etwas in der Schmiede haben. Ja, willkommen zurück. Ich würde mal sagen, unsere Nutzplatte oder Opferplatte ist jetzt keine Schönheit, aber es tut, was es soll. Das heißt, einmal die Bahn schützen, das Werkzeug schützen und das sollte jeder Schmied definitiv in seiner Schmiede haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like da und über ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. In diesem Sinne, das war's von mir. Tschö bitte.